Das macht auch keinen Sinn Es ist halt irgendwie Moment doch Wenn ich das jetzt irgendwie Wenn ich die hier noch hier oben kriege, genau Das könnte doch irgendwie Funktionieren dann, oder nicht Zack Nee Ähm, ich will Den bitte nach da, danke So Hier hoch Hups, so So Jetzt kann ich die nämlich noch ein weiter runterpacken Und das hier nach oben packen, genau Äh, ja gut Das bringt mir jetzt aber nicht mehr wirklich was Vielleicht wenn ich Zack Das nach hier packe Gut, ich muss halt irgendwie diese Plattform Nach oben bringen Moment Ich hab's da schon mal relativ weit hier, ne So ist es ja nicht Zack Seht das nicht Oh man, warum seht das denn nicht Ähm, Moment Moment, das kriege ich noch hin Ich bin schon mal weit Ich bin schon mal weit, weit gekommen So Zack Zack Da hin Da hin Okay, ich muss irgendwie Moment Aber ich glaube, dass die vier da oben sind Ist schon mal recht richtig Nee Ja, ich versuche den gerade auf die andere Seite zu kriegen Nein, das ist Äh, was mache ich hier denn Das ist totaler Bullshit, was ich hier mache So Zack Zack Wenn ich das jetzt hier irgendwie Doch wieder hochbringe Bringt mir das aber herzlich wenig, oder? Zack Noch da Ja, ähm So Äh Ne, was mache ich denn jetzt hier Ich will irgendwie Halt Ähm Die hier Dahin kriegen Ähm Ähm Moment Moment Vielleicht habe ich es jetzt Zack Zack Nein Auch nicht Aber die Idee war schon mal ganz gut, glaube ich Ich hätte gerne wieder All die Kleinen hier Bei mir So Warte, wenn ich das so mache Zack 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 Noch mal so Den noch da Das bringt nichts Ich glaube, ich habe mir am Anfang was verbaut, oder? Habe ich mir am Anfang was verbaut? Ich weiß es nicht Ich meine, jetzt haben wir den ja schon so weit Es gibt noch Hoffnung, irgendwie Glaub ich So So Nee Moment Die müssen, glaube ich, selber Dann hier oben sein Zack Nee Okay Okay, Moment Ich bin verwirrt So ein bisschen Äh Ja, das ist, äh Ein bisschen problematisch gerade Steht da auch kacke Zack 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 So Zack Noch mal hier hin, bitte Jetzt sind wir schon wieder bei so einem Ausgangspunkt, sag ich mal Wenn ich den jetzt hier nach, ja nach da schieb, dann bringt mir das ja auch nichts Zack Nee, bin ich jetzt wieder an so einem Punkt hier angekommen Ich glaube, ich drehe es gerade wieder komplett zurück, oder? Ja, wie es aussieht schon Bringt mir das was? Nein, oder? Ich glaube nicht Das bringt mir auch nichts Oh Mann Verdammt Aber ich will es halt selber schaffen Ich will nicht nachgucken gehen Ich will dich nachgucken Ich muss halt den hier Äh, über Die Truhen Dings packen Den, den Breiten hier Das ist ein bisschen problematisch Ich glaube, da habe ich am Anfang irgendwas Irgendwas falsch gemacht Irgendwas Ich meine, sind wir schon mal so weit? Das ist ja schon mal Echt gut eigentlich Das Ding ist halt Wir kommen hier jetzt Jetzt kommen wir nicht weiter Wenn ich irgendwie So versuche, geht es ja auch nicht Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache Aber es sieht nicht richtig aus Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem Mann Das kann ich wahrsteigen Es ist Das ist So Nee Den noch einen hoch Den noch da Den noch da Moment Moment Ah Mann Dün 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 Ihr merkt schon, ne? Also Ja Ist Ist echt anstrengend Ich habe mir am Anfang Definitiv irgendwas verbaut Irgendwas habe ich damals Verkackt Weil ich halt definitiv Die Diesen Diesen Länglichen da Woanders brauche Über der Kistenplattform Okay, Moment Ich muss Ich muss Ursprung einsetzen Es geht nicht anders Ich musste es machen, Leute Ist du mir leid Machen wir nochmal Okay Unser Ziel ist es jetzt Diese Längliche Plattform Nach oben zu bringen So kommen wir nicht weiter Okay So, bringt uns das auch noch nichts Zack Das macht wieder keinen Unterschied Wow Zack Hätten wir das schon mal so Ich weiß nur nicht, ob uns das Etwas bringt Schaut nicht so aus Noch nicht So Vielleicht Irgendwie Ich weiß nicht mal mehr, wie ich da Hingekommen bin Nee Wieder nicht Ähm Jetzt haben wir wieder diesen Punkt Moment Momentchen mal Kriege ich schon noch irgendwie hin Mann So 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 Ähm Das ist schon fast wieder die Ausgangspositionen Ne Ah, ich glaube das sind die Ausgangspositionen Okay, das bringt schon mal nichts Ja, dann müssen wir das mal so machen irgendwie Packen wir den mal da rüber Das mal da hoch Dann Das mal so Nee Ich will alle Viereckigen auf diese Seite hier haben So So Zack Zack Hätte ich das schon mal so Wow Das bringt aber auch gerade momentan nicht wirklich was, ne Ich glaube ich mache gerade schon wieder den gleichen Scheiß Und zwar bringe ich das nach unten Ja Moment, so Zack So Irgendwie Nee Nach unten Toll Wow Ich bin Begastet Ja, nein Wow Ähm So Vielleicht Äh Was mache ich denn Mann So Zack So Der ist schon mal weiter oben Schön Und noch weiter oben Schön Aber Moment Ich brauche Wenn ich den jetzt Ah, nicht den Den jetzt noch da packe Dann den runter Ich brauche da oben Die zwei einzelnen So Moment Nein Äh Runter Den runter Den nach da Habe ich schon mal einen einzelnen oben Das ist super Zack 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 Den einen nach da Den nach da Super Okay, super So haben wir das Nice Denn können wir das darüber bringen Das Wir brauchen beide Also alle Einzelnen Dort oben Wenn ich das jetzt Nein Das bringt nichts Ja, okay Moment Ich krieg das noch hin Äh Das ist auf jeden Fall Schon mal nicht richtig Wenn ich den jetzt Hier habe Genau Zack Ja Das bringt nichts Oh man Husten Nein Ich wollte den noch da oben Warum Ich verstehe es nicht Wenn ich das so mache Irgendwie Dahin Zack Ähm Nach da Nach da Moment Ich mache das glaube ich wieder viel zu kompliziert Ist gerade ein Geistesblitz gekommen Und zwar Moment Moment Erst muss ich wieder Den einzelnen So Zack Dahin Ich meine es ist schwierig hier Zack Zack Genau Jetzt kann ich ja irgendwie Eigentlich versuchen Erstmal das so zu machen Keine Ahnung Zu switchen Zu switchen Vielleicht Nee Der ist auf jeden Fall nicht Switchen ist schon mal falsch Zack Zack So Das bringt mir halt auch nichts Mensch Das bringt mir auch nichts Jetzt werde ich die auf jeden Fall schon mal hier Wow Kann ich die jetzt Ich kann die doch irgendwie jetzt hier Switchen oder nicht Nein Natürlich kann ich es nicht Mann Jetzt geht doch hoch Danke Es bringt halt nichts Ne Wie ihr seht Ah 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 Tum 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 Wenn ich das mal eben so switche Dann den einen nur noch hier Das bringt auch nichts Wow Komme ich auf den Gedanken Dass da irgendwie Irgendwas funktionieren kann von Das Problem ist Jetzt könnte ich den halt schon mal Ein weiter nach unten bringen Aber das bringt mir nichts Das bringt mir nichts Das bringt mir nichts Ich habe Ich habe Den hier Wieder nicht Nicht da wo ich ihn haben wollte Nicht da wo ich ihn haben wollte Oh Mann Kann ich wahrsteigen Und so Ich habe mir dann noch mal Und så Okay, ich weiß nicht mehr, was meine Idee gerade war. Ich wollte irgendwas machen. Das habe ich wieder vergessen. Oh mein Gott, wartet. Oh mein Gott, wartet. Oh mein Gott, ja. Ich habe es geschafft, Leute. Von alleine. Oh mein Gott, das hat auch nicht lange genug gedauert. Nein. Okay, du bist wirklich ein schlimmer Kerl. Ja, danke. Megaschild. Götterrobe. Alter. Legendenhelm. Ich schneide zwischendurch einfach ein bisschen was raus. Und Echsen-Ex. Echsen-Ex. Fünf Damage angehoben. Immer noch besser. Götterrobe. Ja, Seeland, ne? Definitiv Seeland. Was haben wir noch? Äh, Megaschild bekommen. Genau. Für Guy und Legendenhelm. Oh, 32, Alter. Nice. Ja, Leute, da würde ich immer sagen, das war's mit dieser Runde Lufia. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.